hallo mein name ist stefan ich mache jetzt youtube wird steinreich und berühmt hallo zusammen herzlich willkommen bei stefan entdeckt die welt ich habe zuschaupost bekommen aus deutschland und das letzte mal ist das video total gut angekommen mit der zuschaupost deswegen habe ich mir gedacht machst du wieder ein video öffnet das video vor laufender kamera ich weiß zwar was drin ist aber ich weiß es nicht so ganz genau ich bin sehr gespannt und heute möchte ich zwei sachen erzählen zum einen wie es zu diesem päckchen gekommen ist und zum anderen bin ich gefragt worden sag mal in deinem video es wird immer eingeblendet achtung enthält bezahlte werbung macht sogar keine werbung nein ich habe das da oben drin obwohl ich ja nicht ständig irgendein produkt hochhalte und sagt hier das müsst ihr haben das müsst ihr kaufen so das kann ich zwar das habe ich jahrelang in deutschland gemacht nicht so plumpen art und weise aber ich glaube ich bin kein schlechter verkäufer darum geht es aber hier in dem kanal nicht aber wenn ihr unten in die video beschreibung guckt da findet ihr ja diverse links da findet ihr die links in diverse online shops und wenn ihr da was kauft dann habe ich was davon zwar nur marginal aber die masse macht es dann da findet ihr den link zu weise weise ist dieser service mit dem ich auch wenn ihr mir was in die kaffeekasse schmeißt dann schicke ich das von paypal zu weise und von weise schicke ich dann rüber nach thailand weil von paypal zu weise ist kostenlos und dann hier rüber nach thailand haben die halt meistens den besten kurs und es geht ratzfatz also wenn das geld schon bei denen liegt und ich drücke den knopf blingelt mir meistens schon die die app von der bank auf und sagt da ist geld gekommen also das ist wirklich ein super service ja und so habe ich halt immer diese links unten drin oder wenn ich jetzt in dem café oben auf dem berg bin mache ich natürlich auch ein link zu diesem café mit in das video und jetzt könnte man ja mein ja dafür hat er bestimmt seinen kaffee umsonst gekriegt hat er nicht ist aber egal nur ich will da einfach auf der sicheren seite sein ich möchte da keinen ärger kriegen deswegen habe ich von vornherein immer dieses knopf gedrückt und das werde ich auch beibehalten enthält bezahlte werbung wenn ich denn werbung machen sollte dann werde ich versprochen das ganz deutlich sagen achtung jetzt kommt werbung ich glaube aber nicht dass ein kanal der kurz vor den 2000 abonnenten ist für irgendeinen werbetreibenden wirklich interessant ist also das ist ja lächerlich ja also wenn ich dann null dran hätte dann fängt es vielleicht ganz langsam an für irgendwelche nischenprodukte interessant zu werden aber mit 2000 knapp 2000 abonnenten ich hoffe ja immer noch dass wir die 2000 dann bald mal knacken dann kann ich die 2000er party schmeißen ja aber dafür ist es einfach uninteressant also dieser link ist einfach nur da damit ich mich ein bisschen absichere falls da jemand meint er muss mir mal ans bein pinkeln kann ich ja immer sagen guck mal ja an den links da habe ich was von ich meine da gehe ich auch ganz offen mit um aber ich sage das ja auch immer enthält bezahlt enthält bezahlte werbung so wie ist es jetzt hier zu dem paket gekommen das paket hat mir geschickt der uwe tos ich habe ihn natürlich gefragt ob ich seinen vollen namen nennen darf und der uwe guckt schon länger meine videos der uwe ist auch mit einer dame aus thailand schon länger verheiratet und plant dann auch irgendwann mal nach thailand zu gehen und weil ich den schritt ja gerade vor haben wir den jetzt januar ja vor elf monaten gemacht habe hat der uwe mich eben ganz viele dinge gefragt und ich habe ihm natürlich auch gerne geantwortet das versuche ich ja immer wenn fragen kommen sei es per kommentar oder per per line oder whatsapp oder wir kommunizieren hier über den facebook manager messenger telefonieren auch schon mal dann versuche ich dann immer so rede und antwort zu stehen im rahmen meiner möglichkeit im rahmen meines wissens und irgendwann hat der uwe mit mir telefonieren und gesagt hier ich muss jetzt aber mal weiter arbeiten ach was kommen wir mit ich zeig dir meine firma die uwe hat also eine firma der macht so schilder also so werbeschilder und eben auch etiketten und aufkleber und hat mir dann auch die verschiedenen abteilungen gezeigt und alle mitarbeiter haben auch mal gewunken hallo hier ist live aus thailand und das war hochinteressant also ich finde sowas immer super immer so riesen maschinen sieht wo man keine ahnung von hat da schmeißt du vorne was rein und hinten kommt was fertiges raus und da war eben eine maschine die hat aufkleber gemacht hast du vielleicht noch so ein bisschen folie übrig ich würde gerne zum qr-code auf mein cat mobil kleben weil qr-codes sind hier in thailand super kommen also alle welt arbeitet hier mit qr-codes habe eben noch im lothat damit bezahlt ja also qr-code kennt hier wirklich fast jeder und da habe ich mir überlegt das wäre doch klasse wenn ich mit dem moped unterwegs bin dann werde ich halt oft gefragt hier was machst du da dann erkläre ich mit händen und füßen ja youtube youtube kennen sie alle und dann wollen sie den kanal so dann muss ich immer die handys von den leuten nehmen oft muss ich dann noch englische sprache einstellen und dann kann ich den kanal aufrufen erstens muss ich auf fremde leute handys rumfummeln das tue ich nicht gerne wir haben immer noch corona und das handy hat man ja nur ständig am körper und im gesicht ja und zweitens ist das recht umständlich und hatte ich mir überlegt wenn ich jetzt zum qr-code auf dem moped hätte dann könnte ich einfach sagen hier manchmal deine kamera auf gerne qr-code und dann poppt ja so ein link auf dann kannst du draufklicken und dann bist du auf dem kanal so und das habe ich dem uwe erzählt er sagt ja klar kein problem wie viele wilden haben mache ich dir fand ich super nett ich habe mal vorsichtig gefragt was kostet mir gesagt alles gut mach mal ein reststück und das kriegst du und ich hatte ihm dann so eine vorlage geschickt von so einem qr-code allerdings hatte ich dann anbieter erwischt mit dem ich das erstellt habe der hat das ganz clever gemacht ich habe das nicht gemerkt landest immer erst noch auf deren wer also landest im prinzip da wo du willst aber in einem rahmen und rundherum ist halt deren werbung und das fand doch dann hat er noch ein qr-code gemacht ohne werbung und vielen lieben dank dafür nochmal uwe hast du echt mühe gegeben und ja und ich habe mir auch überlegt ich möchte gerne euch erzählen www.dasklebt.de das ist der online shop von uwe und da könnt ihr seine produkte kaufen wenn jetzt jemand von euch aufkleber oder etiketten oder sowas braucht schaut doch da mal rein vergleicht preise und guckt ob das was für euch ist und wenn es was ist dann tut mir gefallen schreibt in die bestellung rein liebe grüße von stefan aus thailand würde mich sehr freuen und dafür habe ich jetzt kein geld bekommen sondern er war so nett und hat mir dieses paket hier geschickt ja so jetzt gucken wir uns die aufkleber mal an ich habe es auch noch nicht aufgemacht ich bin selber hoch neugierig also mal gucken und wenn jetzt irgendjemand sagt naja kann er ja machen ich meine die was hat das jetzt gekostet 3 euro 70 per luftpost so ein kleines päckchen das ist relativ schwer was wird das haben 400 gramm oder so naja klar und selbst wenn die folie ein stück rest war die hätte er ja auch noch für was anderes verwenden können und ich bin mir ziemlich sicher dass der uwe sich nicht selber an die maschine gestellt hat sondern wird einem angestellten gesagt haben hier ist die vorlage oder guck mal mach mal den qr-code ohne werbung und dann druckst du mir das auf der maschine in der und der größe und 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 dann wird das irgendein mitarbeiter gemacht haben und er hat das in seiner arbeitszeit gemacht der kostet auch geld und die folie kostet geld und die lagerhalle kostet geld und der strom kostet geld und ich war länger lange selber selbstständig in deutschland ich weiß was das heißt mal eben für jemanden was für umsonst machen klar selbst wenn das material jetzt wirklich noch da ist es kostet trotzdem geld es kostet geld zeit koordination die kollegen hätten in der zeit auch was anderes machen können daher weiß ich das sehr zu schätzen uwe ganz ganz lieben dank nach ennegalo ennegalo genau zu www.daskleb.de vielen vielen lieben dank für die post habe ich mich wirklich sehr sehr darüber gefreut und jetzt schauen wir uns die dinger mal an die sehen richtig gut aus guck mal in zwei größen ja ein kleiner den hatte ich mir eigentlich gewünscht nicht ganz auffällig habe ich gedacht so den kannst du auch vielleicht noch hinten auf den helm kleben oder auf diese komische rote kiste die ich da am moped habe oder bei der schwiegertochter an den essens stand oder wo auch immer die werde ich mir in die tasche stecken und wenn sich die gelegenheit gibt oder wenn ich irgendwo film in einem café dann werde ich fragen ob ich so ein aufkleber anbringen darf und jetzt habe ich die auch noch mal hier in groß da kommt natürlich einer hinten aufs auto direkt das youtube logo in der mitte damit die leute wissen da geht es zu youtube super klasse super super klasse wir probieren das jetzt direkt mal aus live und in farbe nehmen mal ein ohne den jetzt zu verkleben und zeig euch das mal ich mache jetzt hier einfach die foto app auf ich hoffe man kann das irgendwie sehen gehe über diesen qr code und dann poppt hier oben im fenster auf da klickst du drauf und schwuppdiwupp bist du dann auf dem kanal und dann kannst du eben direkt abonnieren drücken und ja ich finde das eine super praktische sache und ich finde das vor allen dingen super praktische sache dass der uwe so nicht warum mir das umsonst gemacht hat umsonst in anführungszeichen ich habe es ja gerade erklärt umsonst ist der tod das hat schon auch geld gekostet nicht nur die 3 euro 70 porto sondern eben auch in seiner firma ist eben nix umsonst alles kostet geld uwe noch mal ganz ganz lieben dank kopf und macab und liebe grüße an einer frau unbekannter weise und wenn ihr dann mal in thailand seid hoffe ich sehr dass wir uns mal hier im gästehaus besuchen kommt link in der video beschreibung wir sind jetzt schon mal beim thema werbung und dann trinkt man bierchen zusammen und das geht dann auf mich ganz lieben dank thema bierchen da muss ich mich jetzt auch mal bedanken moment muss gerade gucken dass ich nicht was falsches erzähle der christoph christoph ist auch ein abonnent von meinem kanal der ist gerade hier in thailand und er kennt sich gut die elektrotechnik aus und er hat mir beim hausbauen ganz viele tipps gegeben überlegt doch mal ob du nicht solar machst oder mit einem boiler und dies und das und da bin ich schon die ganze zeit mit ihm dran und er ist sogar so nett und will mir das jetzt mal aufzeichnen wie ich das gut machen kann hier mit einem heißwasser boiler und den dann mit solar betreiben für den anbau am häuschen und darüber haben wir so ein bisschen hin und her telefoniert gestern und weil er gerade in thailand ist hat er mal kurz angerufen hier auch auf dem messenger das geht ja ganz gut und da sagt er irgendwann ja im moment meine frau bringt mir gerade noch ein bier oh das klingt lecker ja sagt er trinkt auch noch ein bier ja ich sag die bierkiste für diese woche ist leer wir teilen uns das immer ein bisschen ein weil kostet ja auch alles geld und daraufhin hat er mir eine super fette spende in die kaffeekasse gemacht also christoph noch mal ganz 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 lieben dank das ist bier für einige wochen und auch die sopa hat sich tierisch gefreut vielen vielen lieben dank und heute abend da geht ein chang an dich oder auf dich noch mal ganz lieben dank für die fette spende in die kaffeekasse das war wirklich super super lieb von dir ja das war's für heute gucke ich mal dass ich das video noch geschnitten kriege da ist noch ein zweites video in arbeit heute und weiter geht's in diesem sinne macht's gut liebe grüße nach deutschland bleibt gesund bis zum nächsten mal euer stefan aus thailand ciao ciao